Hallo und herzlich willkommen zur 153. Die nächste Ausgabe der satanischen Medienagenda, dem Format im Internet, wo man versucht, als Christ den anderen Christen die wahre Geschichte in der Musikindustrie hinter die Kulissen zu schauen und dann die Dinge entsprechend mithilfe der Bibel zu verbinden. Das machen wir heute mit der Gruppe ABBA, speziell mit Agneta. Und wer da genauso gut mittlerweile in dem Thema ist, ist der Jörg, der jetzt mir hilft und mit mir zusammen die Moderation macht, um zu schauen, was wirklich los ist mit Agneta, Felskopf und der Geschichte bei ABBA. Irgendwas ist da nicht koscher. Das ist glaube ich etwas, das Licht sollte inzwischen einem jeden aufgegangen sein, der auch nur ein Zehntel dieser Sendungen gesehen hat. Und da wollen wir jetzt nicht 15 von den 153, sondern selbst ein Zehntel der ABBA-Sendungen, die drei Sendungen. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist darin uneinig. Das hat auf der einen Seite dazu geführt, dass die Gruppe sich getrennt hat. Und auf der anderen Seite, wie kann eine Gruppe, die sich Anfang der 1980er Jahre trennt, beinahe 40 Jahre später noch solch einen Erfolg haben, obwohl die Gruppe es nicht zusammenkriegt, als Vierergruppe nochmal irgendwo aufzutreten. Obwohl sie alle durch glückliche Umstände, Gott möge sie weiterhin schützen, noch alle am Leben sind. Ist noch keiner von umgekommen. Ist ja eine ganz interessante Sache. Es gibt also unglaublich viele ungeklärte Dinge im Hintergrund von ABBA, die man sich so vordergründig gar nicht erklären kann. Und für diese Hintergrundinformationen ist halt Bruder Michael zuständig. Und deswegen möchte ich jetzt gerne Mäuschen spielen und zuhören und zuschauen bei dem, was du zu sagen hast, Bruder. Ich kann natürlich auch nur von meiner subjektiven Sicht aussehen und da hinschauen, was mir auffällt. Da mag es ganz, ganz viele Dinge geben. Ich kann ja auch nicht 10.000 Seiten durchackern und da jetzt alles machen. Das gibt meine Zeit nicht her. Und ich mache es ja auch nicht beruflich, sondern ich mache mir einfach nur Gedanken. Und diese Sendung mache ich natürlich nicht zuletzt deswegen, weil mein bester Freund totaler ABBA-Fan ist. Und ich natürlich auch denke, meine Güte, er hat jetzt schon einige Sendungen davon gesehen, ist mittlerweile total angetan davon, ist total interessiert in dem Thema. Und wenn es diese Serie nicht gäbe, wäre er wahrscheinlich gar nicht dahin gekommen, zu sagen, Mensch, da ist in der Bibel dann doch wohl einiges dran. Deswegen haben wir leider auch in diesen Folgen jetzt hier bei Agneta noch gar nicht so viele Bibelzitate, aber wir haben schon eine ganze Menge Zitate gebracht. Und wir werden uns Dinge anschauen, die so seltsam sind, dass wir als Christen uns nur so auf den Standpunkt stellen, es gibt keine Zufälle. Und deswegen ist das eine Sendung, die jetzt mit einem Schlagbegriff erstmal anfängt, den wir bis jetzt noch gar nicht hatten, und zwar in keiner der Sendungen, und zwar Fan. Wir haben ja in der letzten Sendung gelernt, dass Agneta totale Angst vor Fans hat, vor Menschen hat und sagt, ich habe zweitensweise Tagträume, dass sie irgendwie mich verfolgen und dass sie mich lebendig auffressen oder zumindest mich bedrängen. Also, was ist ein Fan? Uns wird erzählt, ein Fan ist ein begeisterter Anhänger einer Person oder Sache, zum Beispiel die Fanstürme auf den Fußballplatz. Das ist aber nur heute so. Ursprünglich kommt der Begriff aus dem Lateinischen, heißt Fanaticus, und das heißt von der Gottheit ergriffen. Das heißt, wenn ich der Fan einer Person bin, dann sehe ich diese Person als Vorbild, als Idol. Oder wie hatten wir es nochmal? Als vergöttertes Sexsymbol? Und das sind eben schwärmerische, längerfristige Menschen, die eine leidenschaftliche Beziehung, also Leidenschaft, also eine Beziehung, die eben Leidenschaft, und zwar für denjenigen, in der eben dieser Person anhängt, dieser Person als ein Vorbild oder unerreichbar oder total glorifiziert sozusagen. Und das sind eben, wie wir hier sehen in dieser Zusammenfassung, die ich jetzt hier mal gepostet habe, nur das rot gedruckte, die Verkürzung dieses ganzen Artikels, das sind eben dann Rituale der Verehrung der betreffenden Person. So, und wenn also dann 10.000 Leute sich bei ABBA die Hände hochstrecken und sagen, ja, ihr seid die Größten, dann verehren die die, weil das für die die Götter sind, die auf der Bühne stehen. Und die stehen ja schon höher als die auf der Bühne, damit die ja von allen gesehen werden. Und damit sind sie natürlich auch für viele Menschen unerreichbar. Ja, nicht zuletzt, mit welchen Menschen ist sie denn da zusammen? Sie ist jetzt da zusammen mit einem Menschen, der den Karl Gustav persönlich kennt und die Anne Fried war mit jemandem zusammen und verheiratet und ist dadurch adlich geworden mit jemandem, der mit dem König Karl Gustav zusammen ins Internat gegangen ist. Also die orientieren sich dann oder die haben dann komischerweise dann auch solche Beziehungen, obwohl Agnetha sogar auch schon mal eine Beziehung hatte zu einem Polizisten. Interessant, sucht die Frau Schutz? Wenn ja, warum? Und vor wem? Aber im Endeffekt natürlich auch, hat sie ja selber gesagt, vor ihren Fans. Also deswegen ist Fan immer so ein Begriff. Naja, Fankultur und diese Dienste wird heutzutage eigentlich völlig inflationär benutzt, hat aber letzten Endes, wie vieles andere auch, einen religiösen Hintergrund. So, und die Etymologie online sagt zu mir, dass es eben ein Fan auch ein Ventilator sein kann, zum Beispiel. Das gibt es ja auch dieses englische Wort Fan, kann auch Ventilator heißen, aber heißt jetzt auch hier ein Anhänger, ein Devotee. Devotee kommt von Devote, kommt von unterwürfig. Also jemand, der unterwürfig ist, wenn ich unterwürfig bin, dann muss es irgendjemand geben, der über mir steht. Damit sind wir schon wieder bei dem Abhängigkeitsverhältnis sozusagen Star und Fan. Der Star kann letzten Endes ohne den Fan kein Geld verdienen, aber der Fan hat letzten Endes oder gewinnt seine Identität letzten Endes darüber, dass er sagt, ich identifiziere mich mit meinem Idol. Ich trage nur ABBA-T-Shirts, ich habe eine ABBA-Tasse, ich habe eine Take-That-Tasse und so weiter und so fort. Wird uns hier noch entgegenkommen. Und von Fan kommt natürlich dann auch der Begriff Fanatisch, Fanatic, kommt aus dem Jahre 1520 und heißt letzten Endes Insane Person. Also eine völlig verrückte Person. Verrückt in dem Moment, weil jemand halt nicht genau auf dem Platz ist, wo er eigentlich stehen sollte oder auf dem Standpunkt steht, den er stehen sollte, sondern einfach einen verrückten Standpunkt hat. Ja, mad, also total bekloppt, enthusiastisch, inspiriert von einem Gott. Ja, aber wenn ich dann verrückt bin und enthusiastisch, wenn ich verrückt bin und von einem Gott inspiriert werde, dann muss es dann letzten Endes der Gott dieser Weltzeit sein. Also Satan, also Zeit, diese schlechte Eigenschaft, bezieht sich da natürlich dann direkt, vor allem weil es eine religiöse ist, mit dem ursprünglichen Begriff von Fan, bezieht sich dann schon wieder auf Satan, den Adversary oder wie Benni Anderson in seinem Hotel sagen würde, dem Rivalen. Gut, geht weiter. Ja, immer hier sind Tempel, ja, und so weiter und so fort. So, ein ganz harmloser, anscheinlicher Artikel in einer Zeitschrift. Heißt, aber versprechen, im Herbst kommen wir nach Deutschland. Warum sehe ich da zwei Pentagramme direkt? Und die sehen jetzt so aus, als wenn sie wirklich gerade jetzt aufgestanden wären und gerade ihren Orangensaft getrunken hätten und wirklich darauf freuen, nach Deutschland zu kommen. Das ist das Bild, was aber nach außen hin abgibt. Ach, wir fahren da müssen im Schnee, wir haben ein bisschen Spaß. Ach, ha, 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 Chiquitita, sag mir, was falsch ist. Chiquitita, tell me what's wrong. Nee, steht hier nicht. Das Bild, was hier ist, hat mit dem Bild hinter den Kulissen nichts zu tun. Das, was hier gemacht worden ist, da war die Ehe schon total in Stücken und so weiter und so fort und die lächeln nur für die Kamera. Also das ist alles Show. Jetzt gucken wir uns mal den Hintergrund an von Show. Und zwar sind wir da beim ABBA-Fankult. Was ihr hier seht, ist ein Helikopter, also ein Hubschraubschraub, wo einfach irgendjemand, das ist meine Interpretation, zwei ABBA-Aufkleber drauf gemacht hat. Und schon sieht das so aus, als wenn ABBA jetzt die absolute Weltfirma ist, was natürlich eine Firma ist. Aber wie gesagt, man kann auf alles irgendwo seinen Sticker draufkleben und schon hat man ein Stück ABBA. Und hier kommen halt ABBA eingeflogen. Und dann darf natürlich das nicht fehlen. Und zwar die Jugendzeitschrift Bravo, haben wir alle gelesen. Das ist eine Ausgabe von 1976 von King Kong bedroht New York. Und damit ist eben nicht der King Kong Song benannt von ABBA, sondern ABBA sind auch jedes Öfteren in der Bravo vertreten gewesen. Genau. Die blonde Frau von King Kong. Ja. Jetzt seht ihr hier etwas, was sehr interessant ist, und zwar ein Bravo-Starschnitt, ein Sternenschnitt. Also damit kann man sich seine Idole lebensgroß zum Anbeten nach Hause holen. Ich gebe zu, und ich sage nicht von wem, ich einen Starschnitt hatte in meinem Zimmer. Aber sowas gab es damals. Die musste man dann halt sammeln und hatte man eben dann plötzlich da so zwei Meter große ABBA oder Live Garrett oder Status Quo oder weh noch immer dann da zu Hause. Nein, ich habe keinen von denen da gehabt und ich sage immer noch nicht, wer es gewesen ist. So, das ist Björn Norveus. Der freut sich darüber, dass aufgrund seiner ganzen Karriere er natürlich jetzt auch aufsteigen kann. Deswegen machen die natürlich auch mit ABBA eine ganze Menge Promotion, verkaufen T-Shirts, Tassen und was weiß ich. Das seht ihr beispielsweise in dem Film ABBA The Movie von dieser Australien-Tour in Ende der 70er Jahre. Da laufen die Leute dann auch mit Kaffeetassen rum von ABBA und mit T-Shirts und mit was weiß ich. Aber geht noch weiter. Also wie gesagt, Starschnitt, äußerst bedenklich. Ich hole mir meine Götter direkt nach Hause. Also wie gesagt, das ist eben jetzt hier, damit man mal ein paar Bilder hat, wie das in den 70ern aussah. Man sieht das schon am BMW-Modell, 3.0 CS oder was das hier ist. Anfang der 70er Jahre muss das sein. Zumindest das Auto ist so alt. Und warum ich das gemacht habe, ist ganz einfach hier. Es gibt genug ABBA-Fanseiten im Internet, die uns wahrscheinlich jetzt hier massiv bedrohen oder zumindest massiv ihren Unmut kundtun, während der Motto, wieso greift ihr meine Idole an? Weil man einfach keine Idole haben darf. Weil das nur Menschen sind, die ganz, ganz, ganz sterblich sind. Die müssen letzten Endes auch jeden Morgen aufstehen und sich die Haare machen. Das sind insofern keine Vorbilder. Wir haben ja schon viele Sachen gehabt, aber Drogen, Alkohol. Untreue und so weiter. Das sind ganz normale Menschen. So, jetzt bin ich aber hier in ein ABBA-Forum reingegangen, die gut singen konnte. Ja, ABBA-Forum. Und die haben gesagt, gibt einen gerübten Startschnitt. Kennt ihr den? Habt ihr den? Habt ihr irgendwelche Erinnerungen dran? Und es gibt viele Leute, die sagen, ja, ich hab den. Ich hab den an der Wand gehabt und boah, super und so. Und ich war da total stolz drauf. Und die Leute überbieten sich natürlich teilweise diesen Foren hier und sagen, Mensch, ich hasse dieses Jahr. Toll, ich hätte gerne jenes. Ich kann es so tauschen und ich suche das. Da gibt es Leute, die total davon eingenommen sind und dann sagen, Mensch, ich hab alle Ausgaben von dem und dem. Und es gibt also wirklich richtige, beinharte, steinharte Fans. Ja, guck mal, einer schreibt jetzt hier, meiner ist noch ungeschnitten und fast jede Seite einzelt und so weiter und so fort. Und es gibt Leute, die wirklich sowas sammeln und aus der Nostalgie heraus, dass es ihre Idole sind. Und zwar auch, wie der Jörg richtig sagte, durchaus noch 40 Jahre später oder noch länger. Ich hab jetzt hier nichts groß gemacht, weil, wie gesagt, das ist halt einfach nur, damit man sieht, was da in diesem Forum halt alles gemacht wird. Und dass es da einen Tassen gibt und Aufkleber gibt und was weiß ich noch alles gibt. Das ist also wirklich eine ganze Menge. Und zwar für jede Gruppe, jetzt völlig unabhängig von ABBA. Es gibt auch Leute, die fahren zum Museum und setzen sich da in den Hubschraubschrauber oder so. Also alles Mögliche. Ich hab auch meinen, einer meiner besten Freunde war auch schon da gewesen, ABBA, Stockholm Museum. Das übrigens nur noch zahlungsfrei zu erreichen ist. Also im Bargeld geht es da nicht mehr. Wissen wir ja, wie wir das zu verdanken haben, nämlich dem Björn Roveus. Aber geht weiter. ABBA forever. Wie gesagt, diese Menschen, die das machen, die sind im Endeffekt harmlos. Das sind halt Fans und so weiter, die finden das toll, die finden die Musik klasse. Die Musik ist ja auch teilweise wirklich klasse, ist gar keine Frage. Und nur damit ihr mal seht, es gibt diese Menschen heutzutage nach 40 Jahren und mehr immer noch. Geht weiter. Bravo-Otto. Der Bravo-Otto ist ein Preis, den die Bravo-Leser seit 1957 jährlich durch Abstimmung an ihre Lieblingssterne, also an ihre lieblingsgefallenen Engel, also Sterne gleich Engel in der Bibel, verleihen. Der Preis war ursprünglich eine Medaille auf dem Abbild eines fiktiven, pausbäckigen Beleuchters Otto, der eine Art Bravo-Moskottchen war, das ihr dann links auf dieser Zeichnung, respektive auf dieser Müsse oder Medaille oder was es immer da ist, dann darstellt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt an den Super Trooper mit dem Scheinwerfer, ne? Ja, ja. Kleiner Insider-Joe. Der Lichtträger, ja? Der Lichtträger, ne? Eine Allegorie für Lucifer. Seit 1957, da, wo in Deutschland alles noch so weit in Ordnung war. Avis Presti kam gerade so auf die Szene und solche ganzen Sachen, alles war super. 1965 wurde sie dann in einer Trophäe in Form eines Indianers abgelöst, zu Zeiten der Kalmai-Verfügung und attraktiv. Es gab diesen Otto, also diesen kleinen Otto-Indianer, eben in Gold, Silber und Bronze, genau wie jetzt bei einem Preisverleihung bei Olympia. Also da sind wir schon wieder bei Griechenland. Gut, es geht weiter. Die meisten Rekorde, die meisten Ottos waren auch ausreden von Jovi, da muss man gar nichts zu sagen. Und David Hasselhoff und Pretty Woman, Julia Robbers und das Michael Jackson und das. Das wollen wir gar nicht alles jetzt hier wissen, das kann man sich mit üblichen Verdächtigen. Michael Jackson, Bee Gees, Thomas Rorschach, Take That und Dieter Bohlen. Ist doch süß, wie Inge Meisel da reinpasst. Toll, ne? Michael Jackson und Inge Meisel, also entschuldige, die beiden nebeneinander. Ja, entschuldige, das ist, finde ich, eben mal erwähnenswürdig. Das Skript hat auch durchaus humoristische Ansätze, ja. Aber wie gesagt, machen wir weiter. Die interessanten Dinge, die kommen jetzt alle. Und ich hoffe, dass wir an dieser Sendung auch jetzt dazu kommen. So, da seht ihr jetzt Silberner Otto im Jahr 1974 für ABBA. Das war das Jahr von Waterloo. Da seht ihr die, ne? Unfreiwillig, sexy. Und, ja, also auch der Björn Ulveos hat da wenig anzuziehen, rechts. Aber wie gesagt, die haben also den zweiten Platz gemacht. Die haben nie den ersten geschafft, aber die haben mehrfach den zweiten Platz geschafft. Erster Platz, Teens. Da hat endlich Jörg seine Lieblingsgruppe. Give me, give me, give me your love. Zweiter Platz, ABBA. Dritter Platz, KISS. Und nein, ich werde Teens nicht behandeln. ABBA und KISS hatten wir dann mindestens schon. Also die Leute, die damals noch seit 1977 abgestimmt haben, die, glaube ich, ist das hier gewesen, 77 oder so, die haben dann wenigstens noch. Vielleicht auch später, keine Ahnung. Teens war, glaube ich, nicht erst 79. Gut, geht weiter. Hier gibt es Briefmarkenblöcke von ABBA und so weiter und so fort. Das ist alles ja noch die harmlose Variante. Ernst, dann wird es gleich. Hier, Bravo war 1980, beliebeste Gruppen, Teens für ABBA und KISS. Am besten müssen wir 1980. Klar, nachdem wir KISS dann geschmettert haben, hier, show no something. Und vor allen Dingen, I was made for loving you. Die haben dann da abgeräumt. Und da seht ihr die beispielsweise mit dem silbernen Otto da in der Hand. Oder halt auch da Frieda vielleicht mit dem bronzenen oder so. Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall mit dem Otto. Oder mit anderen Preisen. Aber Fanatik. Fanatik wisst ihr schon. Bei Fanatik haben wir eben abgeklärt, was Fanatik ist. Da seht ihr jetzt mal einen Ausschnitt von dieser Seite. Aber Fanatik. Geht weiter. So. Ich hoffe, die Dame, die das jetzt hier vielleicht sieht, ist mir jetzt nicht böse, dass ich sie genommen habe. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Dame. Überhaupt nicht. Die ist total sympathisch auf dem Bild. Sie ist jetzt nur ein Beispiel dafür, dass es steinharte, beinharte, absolut eiserne ABBA-Fans gibt. Auch im Jahr 2020. Dafür ist das da. Also liebe Frau, wenn Sie das sehen. Es geht überhaupt nicht um Sie als Person. Es geht über Sie nicht als Mensch. Es geht letzten Endes darum, um zu zeigen, was es alles von ABBA gab. Was es alles von ABBA gibt. Und dass es heutzutage auch noch steinharte, beinharte ABBA-Fans gibt. Das heißt, da gibt eine ganze Menge an Merchandising, eine ganze Menge an Fanatik. Eine ganze Menge an sogenannten Devotionalien, an Gegenständen der Verehrung. Ja? Deswegen mache ich das, liebe Frau. Gut. Weiter geht's. Das sind öffentliche Bilder aus dem Internet. Ja? Also, bitte, wenn Sie da ein Problem mit haben, ich kann es auch gerne jetzt anders formulieren oder wie auch immer. Ich habe überhaupt nichts gegen Sie. Sie sind eine sehr interessante, sehr sympathische Persönlichkeit. Nur, Sie haben Ihren Raum nach ABBA-Utensilien ausgerüstet. Und deswegen fand ich das so interessant zu zeigen, guck mal hier, solche beinharten Fans und diese ganzen Sachen gab es und gibt es. Das umfasst nicht jetzt nur Bücher und Schallplatten, sondern gibt es dann Kugelschreiber, Stifte, Blogs, Kalender, Klamotten, Basecaps und was weiß ich noch alles. Ja? Das ist wirklich nur ein Beispiel. Und vor Ihnen hat die Aknete auch garantiert keine Angst. Gut. Gehen wir weiter. Ja? Da sehen wir also auch Klamottengegenstände, also hier T-Shirts und garantiert gab es damals Basecaps und so. Es gibt alles Mögliche von ABBA. Wahrscheinlich auch Dinge, die wir heutzutage überhaupt nicht mehr in Gebrauch haben. Keine Ahnung, was es dann sein könnte, aber eine Fotoalm vielleicht oder so. Man weiß es nicht. Aber damit ihr mal seht, guck mal hier, also die Frau, die hast, also wirklich sehr, sehr nette, sympathische Frau, durchaus sehr attraktiv auch und die hat dann halt auch die Möglichkeit, sich dann dementsprechend zu kleiden wie die ABBAs. Also es gibt ja auch viele Coverbands, wo heutzutage noch in dem privaten Bereich so ABBA Revivals stattfinden, wo man Leute sogar buchen kann. Ja, entweder entgeltlich oder unentgeltlich. Poster, Stiefel und hast du nicht gesehen. Wahrscheinlich jetzt alle möglichen Sachen. Wahrscheinlich gibt es nur noch ABBA Gummibärchen, ich weiß es nicht. Ja. So, nochmal dasselbe hier. Also wie gesagt, also das ist alles so Stil der 70er halt. Und jetzt muss man sagen, stopp. Hier genau, stopp. Ja. Da haben wir nämlich ein Buch, wo ein Kreuz drauf ist. Also es gibt ja keine christlichen Symbole. Aber genau da stoppen mit der Preisverleihung Pokalen und irgendwelchen Leuten auf einen Socke stellen. Wenn man das für sich selber macht, völlig okay. Aber man sollte diese Menschen nicht jetzt irgendwie anders sehen als Menschen. Das sind Leute, die komplett toll singen konnten. Das sind Leute, die früher vielleicht gut ausgesehen haben. Aber das sind letzten Endes alles sterbliche Menschen. Das sind keine Götter. Also hier mal kurz stoppen. Also man sollte da eben nicht übertreiben und jetzt sagen, also ich kann ohne die Musik und ich kann ohne den und ohne dieses nicht mehr leben. Gibt es teilweise wirklich ganz schreckliche Exzesse. Gut, dann machen wir weiter. Das steht nämlich eben genau jetzt hier in den 10 Geboten drin. Und Gott redete alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bild noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis das dritte und vierte Gliederer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja. So, und jetzt machen wir mal das Gegenbeispiel. Das ist aus einem Film mit Desiree Nossbusch aus Anfang der 80er Jahre. Der heißt Der Fan. In diesem Film handelt es sich davon, dass Desiree Nossbusch, die interessanterweise in ihren früheren Filmen ganz auf Nackt zu sehen war und damals auch eine Beziehung hatte mit einem mehr als doppelt so alten Mann und viele Dinge, die wirklich bei der Dame sehr interessant sind und auch sehr seltsam sind, dass die in diesem Film zusammenspielt mit dem damaligen Sänger der Gruppe Rheingold. Den kennt ihr aus Dreiklangsdimensionen und solchen ganzen Sachen. Und sie spielt da den Fan und sie spielt da letzten Endes jemand, der eben nachher ihr die Idol dann, ja, jenseits befördert sozusagen, also zumindest umbringt. Also der Fan ist ein sehr interessanter Begriff. Es gibt also solche Fans und solche Fans. Und jetzt gucken wir uns in dem Kontext die Phobie oder die Besorgnis und die Angst, die Ängste von Agneta Felskotlmann. Gucken wir uns mal an. Kurzer Ausflug zurück zu Frieda. Mit 17 Jahren heiratete Frieda den Musiker, schon wieder Musiker, Ragnar Friederikson, der sie bei ihrer Karriere unterstützte. Mit ihm bekamen sie zwei Kinder, Ragnar Hans und Anni Sonotte. Ganz im Gegensatz zu ihrer späteren ABBA-Kollegin Agneta, der das Familienleben und die Kinder stets wichtiger waren als die ABBA-Karriere, was schließlich auch einer der Auslöser für die spätere Trennung von ABBA war, konnte sich Anni Fried nicht in die Mutterrolle hineinfinden und überließ die Betreuung ihrer Kinder in erster Linie ihrem Mann. Und jetzt zum Vergleich eben Agneta Felskotlmann. Nach ihrer Veröffentlichung von I Stand Alone hatte sie 17 Jahre Pause von der Musikindustrie, in denen sie ganz wenige öffentliche Auftritte gemacht hat und ihre Zeit verbracht hat mit Astrologie, Yoga und Pferdebereiten in ihrem isolierten Landhaus in Ekyrö. Also Astrologie ist Sterndeutung made in Babylon. Yoga ist fernöstliche Religionsausübung mittels Verbeugung, mittels Mudras und Mantras, wo es sich um asiatische Gottheiten geht. Beides sind heidnische Religionsausübungen, auch wenn man das so nach außen hin nicht sagt. Aber das ist eben das, was es ist. Wer das nicht glaubt, Folge 10 der Gender Agenda Beatles und weitere Drogen, Folge 3 von weiteren Toren für die Toren. Da ist sowas besprochen. Zurück zu Agneta Felskotlmann. Die Agneta Felskotlmann Archive. Oh wei, oh wei, oh wei. Die arme Frau geht weiter. Ja, ich kann kein Schwedisch, du kannst, genau, genau. Machst du hier einen indiskreten Vorschlag? Agneta ist sehr interessant, nicht nur über die ganzen Schlagzeilen, über Stacheldrahtzaun, über Phobien, über Busunglücke und über Schwangerschaftsgerüchte. Es gibt irgendetwas Spezielles über sie, das Charisma, der Schlüssel zur Weltberühmtheit, zum Weltruhm. Sie lächelt und sagt, hey, du bist Fische. Und sie hat mich gefangen. Ich glaube zwar gar nicht an diesen ganzen astrologischen Quatsch, aber sie hatte recht. Inna geht in die Schule, Christian geht in den Kindergarten. Was machst du eigentlich so? Und machst du denn immer zu Hause sauber? Machst du den Abwaschen nach dem Frühstück und so weiter und so fort? Also es ist eigentlich ein ganz seltsames Interview hier, weil es geht einfach darum, dass hier beschrieben wird im Jahre 1984, dass sie sich da wohl mit Astrologie beschäftigt hat. Ansonsten wäre ja nicht, bist du Fische, bezieht sich jetzt eben nicht auf irgendwas anderes als auf ihr astrologisches Tierkreiszeichen. Nein, es gibt keine Sternzeichen. Ich darf das wissen. Ich bin selber zertifizierte Astrologe gewesen früher. Gut, also da ist einer so meiner Background. Geht weiter. Warum glaubst du an Astrologie? Ja, woher weißt du das? Ich lebe mein Leben nicht nach der Astrologie, aber es ist wirklich Spaß, wenn man herausfindet und liest, wo die ganzen unterschiedlichen Zeichen eben für stehen und welches Zeichen bist du. Und da sagt die Reporterin, Mensch, das solltest du eigentlich wissen. Du glaubst ja daran. Und dann sagt sie, hey, Agneta sagt dann, ey, bist du Fische? Und die andere sagt, oh mein Gott, was natürlich eine Verletzung des dritten Gebotes ist. Woher weißt du das? Und dann hat sie gesagt, Agneta sagt, Mensch, guck mal, ich weiß, dass eben Fische spezielle Charakteristiken haben und ich kann sowas spüren. Also Agneta scheint eine sehr sensible oder sensitive Person zu sein. Okay? Geht weiter. Na klar, kann jeder sagen, gut, es gibt zwölf Tierkreiszeichen, dass die Chance steht, eins zu zwölf. Aber dennoch jemand, der halt so total trocken ist und der beschäftigt sich nicht mit solchen Inhalten. Und man beschäftigt sich auch in der Regel mit solchen Inhalten, wenn man irgendwelche Sachen herausfinden will, mit irgendwelchen Sachen nicht zufrieden ist, eine gewisse Neugier hat oder unzufrieden mit seinem Leben ist. Also gerade in Krisensituationen sozusagen. Der Rest hier, was nicht rot ist, ist nicht so wichtig oder nicht so interessant, denn ich habe genug Quellen, um halt da ein Bild zu zeichnen oder eine Sache zu sagen über Agneta, die man wahrscheinlich so noch nie gesehen hat. Ich habe zumindest da nichts drüber gefunden. Ich lese eine ganze Menge Artikel über Fanpost und eine ganze Menge Artikel über solche ganzen Geschichten. Aber ich sehe nie irgendetwas, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise jetzt wirklich mal auf den Punkt käme. Also, wie sagt man hier? Nein, Smoking mache ich nicht mehr. Ich habe vor anderthalb Jahren aufgehört. Ich lebe zu Hause in Lidingö und ich bin jetzt gerade mit den Polizisten zusammen, habe eine Tochter und einen Sohn und meine Lieblingsautos sind Volvo und BMW. Und ich bevorzuge weinen. Also, Whisky war da, wie gesagt, vor dem Auftritt, aber ich bevorzuge weinen. Und die letzten Bücher, die ich gelesen habe, war George Orwell, 1984, wo es natürlich um die Errichtung eines Kontrollstaates geht. Sehr aktuelles Thema heute in 2020. und die Memoiren von Stig Andersson, ihrem, naja, ihrem Manager. Und das letzte Film, den sie sah, war Friends. 2004 bis jetzt hat sie eben dann wieder weitere musikalische Sachen gemacht. Dann kamen auch die Marzina-Geschichten dazu, 2008 hier und so weiter und so fort. Sie war durchaus sehr erfolgreich danach, noch gar keine Frage. Aber das ist eben nicht das, was mich als Nicht-ABA-Fan interessiert. 30 Jahre später, nachdem ABBA eben den Wettbewerb in Brighton gewonnen hat, hat sie eben dann in einem speziellen komischen Video, Comedy-Video dann eben aufgetreten mit Our Last Video, das letzte Video von ABBA. Das haben wir schon mal gesehen mit diesem komischen Puppen da. Dann machen wir weiter hier. Wir wollen ja mal wirklich ein paar Sachen haben, die wir nicht so finden, die wir kombinieren müssen. Geht weiter. Stockholm Pride 2013, ja. Ja, kann sich jeder auch was zu denken, ne? So. 2013 hat sie auch nochmal Top-5-Platzierungen gehabt und so weiter. Also sie ist nicht unerfolgreich. Die kann also ganz locker damit immer noch mitschwimmen im sogenannten Mainstream, ne? Geht aber weiter. So. Felsgock war aviophobik, also hatte Flugangst, dass eben die ganzen 1979er amerikanische ABBA-Tour eben dann, ja, sehr, sehr verschlimmert hat, ne? Und sie hat eben dann hier Stage Fright, also Lampenfieber. Sie hat Angst vor Menschenmengen und vor offenen Plätzen und Höhenangst hat sie auch unter anderem. Also sie hat eine ganze Menge Ängste, eine ganze Menge Phobien. Okay? Also es ist blöd, aber wollte ich nochmal sagen, ne? Sie hat dann Therapie gebraucht 1979, was wir ja schon wissen, weil sie halt einfach da mit einem Psychiater auch gewesen ist. Das ist ein Bild aus schönen Zeiten mit einem Hund und mit einem Kind. Das hätten wir ihr auch gewünscht, aber so ist es ja nicht geblieben. Agneta Felsgock war ein Star, jetzt versucht sie ein Comeback-Gespräch mit einer Schüchternen. Wir gucken uns jetzt nur die Sachen an, die wirklich jetzt hier wichtig sind. Und wenn da was wichtig ist, habe ich es dann angestrichen. Ansonsten kann der Jörg gerne weiterscrollen. Was so gar nicht zu dem Bild der Sexy Blonde in den Glitterfummeln passen wollte. Denn Schüchternheit und sexy sein und dann rumlaufen mit Glitterklamotten ist schon so ein bisschen ein Problem. Der Schein kann trügen. Gerüchte über Phobien gab es viele. Angst vor fremden Menschen, Angst vor unbekannten Situationen, Angst vor Fliegen. Gut. Sie sagt, ich verstecke mich nicht. Jetzt kommt der Running Gag. Ja, vollkommen unfreiwillig ein vergöttertes Sexy Blonde, wenn ich mich so in Pose stelle. Aber gut. Dass sie so wenig von sich preisgibt, lässt sich wohl auch mit Entführungsdrohungen gegen die Kinder in den 80er Jahren und die Erfahrung mit einem Stalker 1997 einen niederländischen Fan erklären. Hm. Tja. Ich wollte einfach nur nach Hause. Das ist eben das, was sie sagt. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. Sie sagt, Zitat. Fans wollen einem nah sein, das verstehe ich. Aber man muss auch an die Sicherheit denken, sagt sie heute dazu. Ihr Privatleben zu schützen, ist ja das Wichtigste. Dass das mit der Werbung für ihr neues Album nicht gut zusammenpasst, nimmt sie in Kauf. Am besten hat sie das von 1988 in einem Interview erklärt, Zitat, ich mag es ein kleiner Star zu sein, ein großer Star zu sein, ist ein zu großer Druck. Zitat Ende. Sie hat ja spät früher mal gesagt, Moment, ich will halt einfach nur singen. Deswegen hat sie auch damals alles Mögliche gemacht in ihrer Freizeit und hat dann im Job selber, ist sie dann zusammengeklappt mit 16 Jahren, ein krasser Kollaps, den ich richtig gekauft habe. Weil sie einfach sich zu viel zumutet hat. Jetzt ist hier nochmal die Geschichte, dass sie eben sagt, ohne Whisky kann sie nicht mehr auftreten, ein hysterisches Publikum. Das hatten wir alles schon. Und jetzt kommt die Geschichte mit Pech. Pech habe ich grün gemacht. Warum? Weil ich nicht an Pech glaube. Ich glaube an gewisse Dinge, die wir eben als Stolpersteine in diesem Leben bekommen. Aber ich glaube nicht an Pech. Es gibt kein Pech, es gibt kein Glück und es gibt kein Zufall. Ja. Es gibt Dinge, die wir erleben, die durch Gott vorherbestimmt sind. So einfach ist das. Ja, dann machen wir weiter. Stopp. 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 Genau. Agneta hatte eine krankhafte Flugangst und reiste danach wann immer möglich auf der Straße. Dies war nur eine vorübergehende Erleichterung. Da 1983 befand sie sich in einem Bus, das außerhalb von Stockholm abstürzte und sie durch ein Fenster in einen gefrorenen Graben schleuderte. Sie ist seitdem selten irgendwo hingereist. Also sie hat doch schon mal einen sehr seltsamen Unfall gehabt, 1983. Also nicht fliegen hat dann auch nicht so viel geholfen. Sie ist dann aus einem Bus geflogen. Also seltsame Sachen sind bei ihr passiert, aber es wird noch seltsamer, noch viel, viel seltsamer. Kommt jetzt gleich. Kommt gleich auf der nächsten Seite. Agnetas Liebesleben war nie einfach. Ihre Ehe mit Björme, der sie zwei Kinder hat, endete 1979, als beide den Psychiater aufsuchten. Und wie aus schlüpfte später in die Arme von Lena Calassiö, einer Werbefachfrau, mit der er glücklich verheiratet bleibt. Also bis heute. Agneta hatte kein solches Glück. Sie verliebte sich zuerst in einen schwedischen Eisorchester, dann in einen Modedesigner und später in ihre Eheberaterin. Oder in ihre Eheberater wahrscheinlich. 1990 heiratete sie Thomas Sonnenfeld, ein Stockholmer Arzt. Aber die Beziehung dauerte kaum zwei Jahre. Wie gesagt, es ist eins zu eins besetzt. In die Lehre stolperte die bizarre Gestalt von Gerd van der Graaf, einer niederländischen Fabrikarbeiter, mit Brille. Aber-Fans wurden 2003 zum ersten Mal auf seine Existenz aufmerksam, als Agneta sich bei der Polizei besperrte, dass sie von einem Verrückten verfolgt werde und, Zitat, Angst vor meinem Leben habe. Ja. Geh mal weiter. Mach ruhig weiter hier. Genau. Das ist der Mann hier. Ja, Gerd van der Graaf. Abba-Star, Agneta Felskirk, begann eine Beziehung mit einem Niederländer, der von ihr besessen war. Who was obsessed with her? Als die Beziehung beendet hat, hat er angefangen, ihr hinterher zu laufen, also ihr zu stalken. Deswegen gibt es auch da interessante Sachen zu. Geh mal weiter. Als der ABBA-Sängerin Agneta Felskirk die Beziehung, das wäre auch schon interessant, eine Beziehung mit einem Stalker beendet hatte, hat er über 300 Liebesbriefe gemacht, woraus sie dann Angst um ihr Leben hatte. Sie musste dann Schlaftabletten nehmen und hat eben... Entschuldigung, vielleicht willst du schneiden. Von den Liebesbriefen steht hier nichts, ne? Briefe? Ja. Keine Liebesbriefe. Ja, ich meine, sonst schneidet es immer so, wenn Fälle raus. Ja, ich weiß das von den anderen Aussagen da. Ja, ja, klar. Achso, ja, ich wollte nur auf den Punkt aufmerksam machen. Ja, ja, ja. Es hat einen Punkt erreicht, wo die Sängerin eben dann Schlaftabletten nehmen musste, um überhaupt noch zur Ruhe zu kommen nachts und eben für die Sicherheit ihrer Kinder sich gesorgt hat. Sie hat jetzt hier ein Interview gehabt mit ihrer damaligen Haus- und Hofrezensistin, sozusagen Britta Amann. Und dann Britta Amann hat gesagt, ich habe sie gewarnt und habe ihr gesagt, das könnte sehr gefährlich sein. Und sie hat aber trotzdem weiter ihn ermutigt und so weiter. Und das war zu einem Punkt, wo viele Menschen wirklich sie aufgegeben haben und es aufgegeben haben, mit ihr darüber zu reden. Agnetha Felskog und Gerd van der Graaf haben eben eine ganze Menge Zeit miteinander verbracht und waren dann wohl schwer verliebt. Ja, Zitat Gerd van der Graaf. Er sagt, ich habe mich an Agnetha verliebt, seit ich ein Kind war und sah sie beim Waterloo singen. Seit diesem Tag ist es mein Traum, um mit ihr für immer zusammen zu sein. Und er hat ja dann, nachdem diese Geschichte geendet hat, über 300 Riefe geschrieben. Ja, da sind wir nochmal bei Ezrin Usbusch und der Fan. Das kann böse ausgehen. Muss nicht. Die Frau ist ja immer noch am Leben. Aber kann böse ausgehen. Agnetha Felskog fühlte sich terrorisiert, als sie eben dann die Polizei einschaltete. Und dann war sie eben dann vorm Richter und die Sängerin hatte wohl ihm geschrieben, Gerd, ich möchte alleine gelassen werden. Es gibt keine Hoffnung für uns zusammen. Ich will auch keine weiteren Briefe, nichts weiteres und so weiter. Sie erzählte der Polizei in einem Statement über ihre ganzen unglaublichen, schrecklichen Tage und sagte, Er beschrieb unsere Beziehung wie Romeo und Julia, aber es war mehr wie Jekyll und Hyde. Er hat mich zwar nie geschlagen, aber er hat gesagt und dazugegeben, dass er seine Gefühle nicht kontrollieren kann. Der Ton seiner Briefe wurde immer gefährlicher und immer bedrohlicher. Und sein brutales Gehabe hat mich dann eben dazu gebracht, dazu gezwungen, Medizin zum Schlafen nachts einzunehmen. Und ich fürchte um mein Leben und um das Leben meiner Kinder. Gerd erwidert, ich bin super leid, dass sie Angst vor mir hat. Ich bin nicht gefährlich, aber selbst wenn man mich in den Knast steckt, würde ich sie immer noch weiter lieben. Ja, und das ist eben dann schon komisch. Also das geht jetzt auch weiter so in der Geschichte. So, und hier gibt es also eine ganze Menge Referenzen. Ja, und jetzt gibt es schon drin eine Referenz hier. Die ABAPOC-Queen lebt in einem Terror von einem Fan aus der Hölle von Bill Hoffmann April 2000. Geht weiter. So, er ist sogar von den Niederlanden nach Schweden gezogen und zwar in ein ganz billiges Haus in einer kurzen Entfernung von ihrem Haus in Schweden. Das heißt, dieser Mensch ist also extra emigriert. Kann man nicht anders sagen. Es begann vor sechs Jahren, als Van der Graaf, ein Holländer, der von ABAP im Allgemeinen und Agneta im Besonderen besessen war, in eine baufällige Hütte in der Nähe ihres Hauses im ländlichen Schweden einzog. Er dekorierte sein Haus von Boden bis zur Decke mit glänzenden Farbfotos von Agneta und fing dann an, um ihr Haus herumzuhängen. Zitat. Ich traf Agneta stets sich in der Stadt und sie war überrascht, wie viel ich über ihr Leben wusste. Zitat Ende, sagte er in der britischen Zeitung. Bald verbrachten die beiden viel Zeit miteinander und Van der Graaf sagt, sie seien Liebhaber geworden und zutiefst verliebt. Aber Agneta spürte, dass etwas nicht stimmte und brache ihre Beziehung innerhalb von zwei Jahren zweimal ab. Pannen, die Gerd Van der Graaf dazu verlasten, sie mehr mit 300 Briefen und tausenden von Telefonanrufen zu überfluten, sagen Polizisten. Im vergangenen September versuchte der Popstar den Kontakt zu ihrem schlaffen Ex abzubrechen, aber er schrieb weiter und folgte ihr. Aus Angst, dass er gewalttätig werden könnte, erhielt Agneta im vergangenen Herbst eine einstweilige Verfügung gegen ihn, nachdem sie dem Richter einen Brief an Van der Graaf gezeigt hatte, der lautete, Gerd, ich möchte in Ruhe gelassen werden, es gibt keine Hoffnung für uns, ich möchte keine Briefe mehr und nichts anderes. Trotz des Briefes sagt die geschiedene Mutter von zwei Kindern, also Agneta, er habe sie weiter verfolgt. Sein Verhalten hat mich dazu gezwungen, nachts Medikamente zum Schlafen zu nehmen. Ich habe Angst um das Leben und das meiner Kinder. Zitat aus Bright Lights, Dark Shadows, aber Während Frieda es mit tatsächlichen Tragöden zu tun bekam, verfing sich Agneta immer mehr in einem scheinbar undurchdringlichen bizarren Netz aus Traurigkeit und unglaublich surrealen Begebenheiten. In der Woche vor ihrem 50. Geburtstag sorgte sie wieder einmal für Schlagzeilen, als bekannt wurde, dass sie es wegen der Belästigung durch einen verrückten Fan, den stämmigen, kahlköpfigen Holländer Gerd van der Graaf, die Polizei einschaltete. Ihm wurde vorgeworfen, Agneta über einen Zeitraum von drei Jahren mit einigen hundert Briefen überschüttet und belästigt zu haben. Zitat, Agneta, er ruft mich bis zu dreimal am Tag an und folgt mir auf Schritt und Tritt, wo immer ich hingehe. Manchmal verfolgt er mich in seinem Auto oder wartet an Orten, an denen ich normalerweise spazieren gehe. Mein Leben ist dadurch unwahrscheinlich eingeschränkt worden. Ich traue mich ohne meinen Nachbarn nicht mehr aus dem Haus. Als van der Graaf am 31. März von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde, erklärte er, er habe sich schon als achtjähriger Agneta verliebt, nachdem er 1974 den Grand Prix der Eurovision gesehen hatte, also Waterloo. Hier steht es nochmal in Englisch drin. Also einmal in Deutsch, in Englisch. Ich habe dieses Buch auch in Deutsch und in Englisch habe ich es auch im PC. Hier steht beispielsweise drin, unter dem Stockholm-Syndrom, das habe ich reingekriegt, schlägt man ein psychologisches Phänomen, bei dem das Opfer von Geiselnahmen ein positives, emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit den Tätern sympathisiert und mit ihnen kooperiert. Der Begriff ist wissenschaftlich nicht fundiert. Ich behaupte nicht, dass Agneta Felskopf unter diesem Synonym leidet. Ich sage nur, es ist äußerst ungewöhnlich, dass eine weltbekannte Künstlerin mit einem normalen Menschen aus Niederlanden eine Beziehung anfängt. Hier steht drin in Englisch, Ein übereifersüchtiger Interesse hatte sich in eine Obsession, eine Besessenheit verwandelt. An einem Punkt hat Agneta beobachtet, wie sie mit ihrem Hund über einen matschigen Pfad nahe ihrem Haus gelangen ist und prompt hat er eine Wagenladung von Keis geordert, um die über diesen Weg zu streuen, damit sie niemals mehr ihre Schuhe dreckig macht. Agneta ging diesen Weg nie wieder. Im Ende konnte ich ihm nicht mehr widerstehen, hat sie vor Gericht gesagt. Ich wollte ihn kennenlernen und wir begannen eine Beziehung. Sie hat realisiert, dass er, Zitat, mental unstabil war. Und die Beziehung wurde halt einfach ein paar Mal beendet. Manchmal war alles okay. Wir haben alles nebeneinander gewohnt sozusagen und wir sahen uns und haben uns angerufen und so weiter. Und wie du das halt einfach machst in der Beziehung. Und Gerd van der Graaf hat einen Reporter gezahlt, wie er eben dann in der schwedischen Westküste zusammen Urlaub gemacht hat. Bevor, ein paar Wochen nur bevor, Agneta dann final quasi den Stecker gezogen hat. The girl with the golden hair. Dann hat man hier eben Gerd van der Graafhaus verurteilt und so weiter und so fort. Und der hat eben dann eine ausgesetzte Gefängnisstrafe bekommen und wurde dann deportiert zurück in die Niederlande. Sein Haus ging in den Besitz der Bank über. Ja, und deswegen hat die Presse immer gesagt, was ist denn da passiert? Wie kann hier denn sowas von nebeneinander sein? Dass man dann halt eine Beziehung mit so einem völligen Durchgeknallten und so weiter gemacht hat. Und das ist eine Geschichte, da muss man langen Atem für haben. Geht weiter. Ja, wie gesagt, sie wurde vorher gewarnt von einer ihrer Freundin. Hat die Beziehung mit ihrer Freundin beendet, dieser Britta Amann, weil diese ihr den Rat gegeben hat, sich von eben diesem Stalker zu treffen. Nachdem 2003, als eben seine Deportation, dieses Gerichtsurteil dann eben ausgelaufen war, dass er eben sie nicht da belästigen durfte und von ihr Abstand haben musste und so weiter, ist er nochmal nach Schweden zurückgekehrt im Jahre 2003. Und zwar haben dann einige Angehörige, einige Bewohner da eben den Holländer in seinem Auto außerhalb von Agnetas Haus gesehen. Und haben dann eben wiederum die Polizei verständigt. Und er hat eben dann versucht zu fliehen und hat eben dann einen Mann mit seinem Auto dann schon überrollt. Ja, knocking the man over with his car. Aber er wurde dann aus dem Auto geholt und dann eben arrestiert und so weiter und so fort. Und hat dann also wieder, dann ist er wieder dem Richter vor. Damit ihr mal seht, wie vehement die ganze Geschichte ist. Das ist nicht irgendein Fan, der so ein paar Cover sammelt. So, und mehr kriegt man jetzt offiziell von dieser Geschichte nicht großartig raus. Und jeder könnte sagen, naja, gut, das war ein Durchgeknallter. Ja, ich habe eine ganz andere Meinung dazu. Aber auch nur ganz eine Meinung. Ja. Die Meinung kann ich auch begründen. Dafür brauche ich wohl mehr als diese und nächste Sendung. Aber ich kann das begründen. Zum Beispiel steht jetzt hier auf diesem Skript jetzt hier, steht jetzt eben drin. Trotz einer Schutzanordnung, die im jeglichen Kontakt zu Agneta untersagte, schrieb er weitere Briefe. Ich liebe sie noch immer, sagt Gerd van der Graaf 2003 einem Reporter. Irgendwann, davon bin ich überzeugt, dann besinnt sie sich und dann wird sie mich vermissen. Er wurde aus Schweden ausgewiesen und durfte bis Oktober 2002 nicht mehr einreisen. Danach kehrte er zurück und wurde dabei beobachtet, wie er vor Agnetas Residenz in Ekerö auf und ab fuhr. Abermals von der Polizei festgenommen, wurde er dann wegen Verstoß gegen die Schutzanordnung das Land erneut verlassen. In der Folge wurde Gerd zum Star eines auf Channel 4 ausgestrahlten Dokumentarfilmes über Agneta mit dem Titel Behind the Blonde. Leider habe ich das nicht und auch nicht gesehen. Muss ich also jetzt erstmal so glauben hier, indem er sich sehr detailliert über ihre Beziehung ausliest. Es gab auch ein Interview für Fans, ein schwedisches Buch über besessene Verehrer, das später auch für die Bühne bearbeitet wurde. Als das Stück 2007 in Stockholm Premiere feierte, war Gerd zugegen, um zu sehen, wie er in diesem Porträt dargestellt wurde. In dieser besonderen Fassung einer Nachahmung des Lebens in der Kunst und der Kunst im Leben war Agneta nur Charge, während die Hauptrolle ihm zu viel. Bisher verweigerte Agneta jeden Kommentar zur Sorker-Affäre. Zitat Magneter soll die es besser lassen. Ich halte mich da lieber bedeckt. Zitat Zu Ende Und geht weiter. Agneta ist eine sehr sensible Person. Die hat zum Beispiel gesagt, es ist unglaublich, dass Flugzeuge im Himmel bleiben. Wie ist das möglich? Sie sind so schwer, sie haben so viele Schrauben. Also die Dame ist ein bisschen verträumt und gleichzeitig hat die Dame wirklich im Liebesleben nicht viel Glück gehabt. Und die Frage, die wir immer noch haben, ist, wie geht das alles mit der Persönlichkeit von Agneta zusammen und warum tritt dieser Stalker in ihr Leben? Bzw. warum ist sie von ihm denn so? Weiter. Ja, genau. Nach der Katastrophe ihrer Beziehung zu Gerd van der Graaf zog sie tief an den Wald hinein. Also zu deutsch auch, sie machte, sie ging auch weiter auf Distanz und verkroch sich immer sehr und baute ein kleineres Haus um einen privaten Garten im Innenhof. Und die Nachbarn sagen, dass sie kaum Größe mit ihnen ausdrücken. Der Fall Gerd van der Graaf lag da schon etwas anders. Übertriebene Fanliebe entwickelte sich zur Besessenheit. Man muss sich da bitte mal vorstellen, welchen Druck und welche Gefahr sie da ausgesetzt ist, weil sie ja nicht wissen konnte, wie verhält er sich jetzt gegenüber mir, wenn ich mal zum fünften Mal ein Nein sage. Oder ihn zur Rechenschaft ziehe. Und Agneta gab sogar bei der Polizei an, es habe seit 1997 hin und wieder eine sogenannte Beziehung zwischen ihnen gegeben. Da müssen wir doch mal auf der nächsten Seite hingucken. Im Oktober 2000 kam man die ganze Wahrheit ins Licht. Das Ganze hatte nichts mit einer flüchtigen Bekanntschaft oder gar Freundschaft zu tun. Es handelte sich um eine ausgewachsene Liebesaffäre. Zitat, seine Zuneigung zu mir war sehr intensiv und er warb lange Zeit um mich, erklärte sie bei Gericht. Am Ende konnte ich ihm einfach nicht mehr widerstehen, also begann wie ein Verhältnis. Und das andere kennt ihr jetzt schon. Was ihr aber nicht kennt, kommt jetzt gleich. Seit Beendigung bis zu seiner Verhaftung schrieb er 86 Briefe an Agneta. Er durchwühlte ihren Briefkasten und rief sie ununterbrochen an. Als er aber dann an Heiligabend, warum ausregend, dann plötzlich vor ihrem Küchenfenster stand, zeigte sie ihm bei der Polizei an. Dieser Fall wurde allerdings aus Mangel an Beweisen eingestellt und erst wieder aufgenommen, als er, kurz vor ihrem fünftesten Geburtstag, damit begann sie ganz offen und in Form von Briefen zu bedrohen, sodass er erneut zur Polizei ging. Geldstrafe 120.000 Kronen und das hat niemand verstanden, warum, wieso, weshalb. Und das hat eben auch zum Bruch mit ihrer Freundin Britta Ehrmann gegangen, die lange Zeit ihrer vertrautlichen inoffiziellen Interviewerin galt. Geht weiter, wird auch nicht schöner. Interessant ist, dass er sie besucht hat in Schweden, nachdem sie ja gar nicht mehr so ein Riesenstar gewesen ist. Also seine Verehrung muss wohl sehr groß gewesen sein, denn später ist eben Felskog nicht mehr als Sexsymbol von früher dargestellt worden. Was dieser Satz natürlich impliziert, ist, dass sie früher als Sexsymbol dargestellt worden ist. Aber das ist ja eben dieser Running Gag. Und anscheinend hat er sie ja dann total vergöttert, weil für ihn war sie ja der absolute Shootingstar. Hier seht ihr aus den Ende der 70er-Jahren zur Disco-Zeit das Album Voulez-vous und damit auch die gleichseitige Single. Dieses Album heißt Voulez-vous. Wollt ihr? Es ist in dem Lied nicht benannt, was ihr wollt oder was gewollt sein könnte. Jörg hat ja schon mal gesagt, das ist französisch und das könnte ja genauso gut heißen Voulez-vous, coucher avec moi zum Beispiel. Also zu deutsch willst du mit mir schlafen, willst du mit mir ans Bett gehen. Jetzt guckt doch mal an, was wir in der Sendung nicht behandelt haben. Guckt doch mal den Gürtel der Damen an auf diesem Bild. In dem nächsten Bild habe ich es nämlich mal vergrößert. Schaut euch das mal an. Das sind auch wieder Pentagramme. Also was heißt Voulez-vous? Voulez-vous ist die Einladung an die Hörer, sich irgendetwas Traumhaftes darunter vorzustellen, was sie gerne dann machen würden. Ja, mit ihren Idolen. Das wäre eine Möglichkeit. Wird aber jetzt nicht besser. Denn auf dem Aber-The-Album, da seht ihr auch Pentagramme. Ein rosafarbenes Pentagramm, ein weißes Pentagramm in einem blauen, auslaufenden, ganz viele Pentagramme. Alles überall, alles voll, alles voll zugeklastet. Also es wurde schon mit den satanischen Symbolen bearbeitet, auch in den 70er Jahren. Und jetzt kommen wir zu Gimmi, Gimmi, Gimmi. Warum kommen wir zu Gimmi, Gimmi, Gimmi? Tja, ganz einfach. Weil wir noch nicht mit Gimmi, Gimmi fertig sind. Immer noch nicht. Hier steht ja drin, gib mir einen Mann nach Mitternacht. Wir haben ja gesagt, das ist ein Befehl. Gib mir, gib mir, gib mir. Ja, so wie der Lucifer sagte in Jesaja 14, 12. Ich, I will. Nicht bitte. Wird nicht gebeten. Es ratet doch mal, wer auf dieser Platte, Gimmi, 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 den Liedgesang macht, den Hauptgesang macht. Das macht die Agneta. Agneta ist diejenige, die sagt, gib mir einen Mann nach Mitternacht. Und Satan hat gesagt, ja, den kriegst du. Und wer jetzt immer noch denkt, ach, das ist jetzt einfach nur so ein normales Lied, was Madonna gecovert hat. Oh, da gibt es noch ein bisschen mehr zu erzählen. Gehen wir mal weiter. Da steht nämlich jetzt nicht umsonst so eine kleine Rakete. Das ist nämlich die große Alarm-Sirene. Die kommt immer dann, wenn irgendetwas kommt, wo man entweder nicht mit gerechnet hat. Oder etwas kommt, wo man sagt, ach du liebe Güte. Also wenn ich das richtig verstehe, dann hat die Anna Fried ihren Mann nach Mitternacht bekommen. Den reichen Prinzen, den sie geheiratet hat. Die hat Money, Money, Money bekommen. Die hat Money, Money, Money bekommen. Ja, ja, mit dem reichen Prinzen, den sie da geheiratet hat. Den von Reuss oder wie der heißt. Und die Agneta hat ihren Stalker bekommen. Auch nach Mitternacht wahrscheinlich. Nach Mitternacht. Weil es muss ja irgendwie etwas Negatives sein. Nach Mitternacht. Gimmi, Gimmi, Gimmi. Aber jetzt geht noch weiter. Wir sind ja mit Gimmi, Gimmi, Gimmi immer noch nicht fertig. Habt ihr euch dieses Bild überhaupt mal angeschaut? Grün, die Farbe der Hexerei, der Zauberkraft. So, und jetzt guckt mal an, was trägt sie denn da auf dem Bild? Sie trägt einen Schal. Ist ihr kalt? Die anderen tragen keinen. Warum trägt die Frau einen Schal? Ich meine, klar, weil es optisch jetzt ist und ganz toll aussieht und so. Aber ich glaube, nicht vielen Menschen ist bewusst, was ein Schal im Okkulten bedeutet. Dann geht nur auf die nächste Seite. Das ist eine Bedeutung eines Schals. Das ist ein Strick. Das ist ein Strick. Ja, einen Schal kannst du damit benutzen, um jemanden zu erdrosseln. Das wusste Edgar Wallace schon. Deswegen hat er das gemacht eben mit dem mysteriösen Halstuchmörder. Er hat gesagt, völliger Unfug. Dann sage ich halt einfach, okay. Ja, Entschuldigung. Warum trägt denn Agneta als Einzige hier einen Schal auf dem Bild? Und wenn jetzt jemand sagt, das ist alles Zufall, dann sage ich, okay. Dann ist das für euch oder für dich oder für den Agneta-Fan Zufall. Aber schaut mal hinter Agneta. Was steht denn hinter Agneta? Ich meine nicht in Benny. Hinter Agneta steht ein Fenster. Und das ist in grün gehalten, wie der Jörg schon richtig sagt. Und der Originaltext von Aber-Gimme-Gimme hier heißt, I open the window. Und das ist das, was sie singt. Das ist dieselbe Geschichte wie bei Peter Gabriel, wo er sein Fenster öffnet. I open the window and I gaze into the night. No one outside. Keiner draußen. Aber sie will ja ihren Mann nach Mitternacht haben. Und das, was sie singt, womit sie Geld verdient. Wo sie quasi betet. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Ist ein Befehl nach außen. Da ruft man die dunkle Seite an und sagt, ja, gib mir doch einen Mann nach Mitternacht. Die sagt nicht hier, gib mir einen Mann zum Tanzen. Die sagt, ich brauche einen Mann, weil ich mich unsicher fühle. Weil ich Angst habe in der Einsamkeit, in der Dunkelheit. Das ist das, was sie in dem Lied aussah. Gib mir einen Mann nach Mitternacht. Die sagt nicht, ich brauche einen Mann für eine Beziehung. Die sagt nicht, ich brauche einen Mann zum Tanzen. Die braucht keinen Mann zum Singen. Die sagt einfach, gib mir einen Mann nach Mitternacht. Nach Mitternacht ist die Zeit, wo man normalerweise schläft. Aber das heißt, gib mir einen Mann für den Sex. Gib mir einen Mann für die dunkle Zeit. Das ist das, was sie singt. Und das ist das, was sie bekommt. Anifried bekommt den Mann mit dem Geld. Die hat fast 200 Millionen Euro auf dem Konto. Die wird adelig. Und sie bekommt den Mann nach Mitternacht. Nur leider was ganz anderes, als das, was sie sich anscheinend vorgestellt hat vorher. Und deswegen die Textzeile, die interessant ist hier, ist I open the window. Von gimme, gimme, gimme. Also es geht sich anscheinend nicht nur um die Mitternacht, um die Geisterstunde sozusagen. Sondern es geht sich anscheinend auch um den Mann. Und es geht sich um das Fenster. Und ein Fenster ist immer ein Tor zu einer anderen Dimension. Das ist aber, gimme, gimme, gimme. Und das ist quasi dann, wenn man so will, die selbsterfüllende Prophezeiung. Genau wie Money, Money, Money bei Anifried Lünnstadt. Die jetzt nicht mehr Anifried Lünnstadt heißt, sondern Frieda Reus. Das ist einer der Hintergründe, aber bei weitem nicht der Haupthintergrund von Agnetas Pech, was sie da gehabt hat. Denn wir haben da aber eine ganze Menge selbsterfüllende Prophezeiungen, komischerweise. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Nochmal, ich erinnere nochmal daran, die hat 1973 ein Lied geschrieben, was ihr Ehemann dann als Disillusion getextet hat. Also diese Dame dürfte nie die totale Fröhlichkeit in Person gewesen sein. Die hat ja auch eine Ehe geführt mit jemandem, der in fremauerschen Kreisen sich begeben hat. Mit seiner Delta Sigma Vergangenheit. Sie hat ja auch mit jemandem zu tun, der Alkohol benutzt. Und die haben mit der Musikindustrie zu tun und alles, was hier so freundlich und lustig aussieht, hört spätestens im Hintergrund dieser Single Gimmi, Gimmi, Gimmi auf. Und wenn ihr denkt, das ist jetzt alles, was ich dazu zu sagen habe, zu Gerd van der Graaf, dann habt ihr überhaupt wirklich, dann habt ihr wirklich keine Ahnung, welche Breitseiten da noch kommen. Da kommen Dinge, wie ich bis heute nicht begriffen habe, warum da nicht Bücher zugeschrieben wurden. Ich verstehe es einfach nicht, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war das irgendwie nicht interessiert. Viele wollen die Sensation haben und sagen, ja, was hat der denn gemacht und hat der die bedroht und ist dann das passiert, ist eine Bombe hochgegangen und so weiter. Nein, um die Dinger geht es gar nicht. Es geht sich hier um wirklich eine Frau, der massiv, der wirklich massiv, kann man nicht anders sagen, massiv übel zugespielt worden ist. Damit will ich da auch nichts entschuldigen und leider ist die Stunde jetzt schon wieder rum. Aber es ist wirklich ein Thema, ich verspreche selten etwas, vor allen Dingen will ich meine Versprechen immer halten, aber die nächsten zwei Sendungen, die werden, glaube ich, dann zur Aufklärung beitragen, was da alles im Hintergrund gelaufen ist. Und dann gibt es wirklich überhaupt keine Zufälle mehr. Und wer jetzt immer noch denkt, dass I open the window einfach damit zu tun hat, dass die Luft innen so stickig ist, und der sollte dann halt einfach vielleicht mal ein Peter-Gabrel-Skript von uns, glaube, das war Folge 66 oder so, was so harte ziehen. Und von daher bin ich jetzt erst mal mit diesem Thema heute leider schon durch. Ich hätte gerne noch viel mehr gemacht, aber ich gebe jetzt erst mal weiter ab an den Jörg. Ich hoffe, dass es einigermaßen kurzweilig gewesen ist. Ich bedanke mich für euer Zuschauen, Zuhören. Danke für die Treue und danke für das Verständnis, auch wenn manche Dinge vielleicht schwer nachzuverziehen sind, vor allen Dingen für Menschen, die sich vielleicht noch nie mit solchen okkulten Dingen beschäftigt haben. Dann hat man sicherlich auch erst mal ein totales Verständnisproblem. Und da habe ich dann wiederum Verständnis für. Das ist eben, weil ich aus einer ganz anderen Ecke komme und die Dinge auch anders sehe. Und ich lade euch einfach ein, die Dinge mal so zu sehen, wie sie halt auch dann biblisch sind. Biblisch ist einfach so, dass sie letzten Endes jemand war, der auch dem Mammon gedient hat. Und wenn man an einem Liedtext etwas singt, dann hat man ein Wort gesprochen und dann ist man dafür verantwortlich. Und da hat sie sich einige Dinge gewünscht, die wirklich nicht optimal sind. Und sie hat viele Dinge bekommen von denen, was sie gesungen hat. Und nochmal, Frieda hat auch die Dinge gesungen, was sie bekommen hat. Money, money, money. Jetzt gebe ich ab und danke fürs Zuhören. Lest eure Bibel meiner Renata und ab an den Jörg. Ich mache mal einen kurzen Abstecher in die römisch-katholische Kirche. Dass wir hier heute so oft gesprochen haben von dem Öffnen der Fenster. Das haben wir ja im Grunde bei Peter Gabriel auch schon, wie Michael richtig angedeutet hat. Und bei Kate Bush, die das ja auf ihrer LP hinten drauf geschrieben hat. Ich danke Peter Gabriel für das Öffnen der Fenster. Es ist mir vorher nicht eingefallen. Aber es gibt eine Stelle und wir werden das mal recherchieren und wir werden euch den Text dann in der nächsten Sendung mal nachliefern. Im Zweiten Vatikanischen Konzil, das von Ende 1962 bis 1965 gelaufen ist. Das ist ja das Ökumenische Konzil. Da gibt es die Geschichte von, dass der Antichrist ein Fenster geöffnet hat, um sozusagen Luft reinzulassen. Wir wissen ja jetzt, dass das eben etwas anderes ist und danach eine interessante Aussage gemacht hat. Und ich denke, wenn wir das in dem Zusammenhang sehen mit dem, was wir hier schon bereits gelernt haben, dann wird einigen Leuten das wie, zwischen Anführungszeichen, wie Schuppen aus den Haaren fallen oder von den Augen fallen. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, das ist hier die satanische Musikagenda. Die römisch-katholische Kirche ist die Kirche Satans hier auf dieser Erde. Und wenn der Papst beim Vatikanischen Konzil, beim Ökumenischen Konzil, was ja eine absolute teuflische Agenda ist, aus biblischer Sicht heraus, ein Fenster öffnet, um da einen Geist reinzulassen, dann wissen wir in dieser satanischen Musikagenda, die wir das verfolgt haben, viel, viel mehr als viele anderen, was das genau bedeutet. Und ich werde mal sehen, ob ich mir den Text raussuchen kann bis zum nächsten Mal. Das ist ein geschichtlich aufgezeichnetes Ereignis. Das dürfte also nicht so schwer sein, das zu finden. Und dann können wir da Anfang der nächsten Sendung einmal drüber sprechen. Und dann werdet ihr sehen, dass alles miteinander verbunden ist. Alles. Und das Öffnen der Fenster, was bei Peter Gabriel, Kate Bush und jetzt bei der Agnetha hier kam. Das ist ja kein Zufall, dass sie vor dem Fenster auf dem Bild von Gimmi, Gimmi, Gimmi mit dem Schal um den Hals steht. Schal um den Hals, das war mein erster Gedanke. Wirken. Jemandem die Luft abschneiden. Ja, wir können lange leben ohne Wasser. Wir können noch viel länger leben ohne Essen. Aber wir können ganz, ganz kurz nur überleben ohne Luft. Was bedeutet dann so ein Schal? Den ich hier vielleicht symbolisch um den Hals lege, aber was drücke ich damit aus? Und um Symbolik geht es hier. Um Symbolik geht auch das beste Buch der Welt, die Bibel. Und die müssen wir immer lesen und lesen bleiben, um uns im Wort Gottes zu festigen. Und von daher schließe ich dann auch diesmal wieder mit meiner wohlgemeinten Aufforderung, dass Gott euch behüten, beschützen und segnen möchte. Und dass ihr bitte bis zum nächsten Mal eure Bibel lest. Mahanata. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, And their works are in the dark, And they say, Who seeth us and who knoweth us? So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from him. God is grieving, he knows and he's seen. Isaiah 29, verse 15 Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, And their works are in the dark, And their works are in the dark, And they say, Who seeth us and who knoweth us? The eyes of the Lord are everywhere, Beholding the evil and good. Walk in the light, Don't try to hide from the Lord, Don't try to hide from the Lord, Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, And their works are in the dark, And they say, Who seeth us and who knoweth us?